Applaus 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 Bravo! 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 Ring, ring. Ring, ring. Ring, ring. 30 minuter. Du måske tøjne os, forrigt. Du måske tøjne os, forrigt. Maja, der måske du op i filmen. Ja, ja. Ja, ja. Er du med her? Er du så kælder her? Rang døjne os Ege. Habe ich zugescharkan, aber das war sowieso anders. Er du såhär. So. Kæde. Ja, sieh. Sieh, sieh, sieh. 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 Sieh. Sieh, sieh. Sieh. Sieh, 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 sieh. Applaus 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 Wir bedanken uns natürlich auch recht herzlich für die Einladung und gefreut es narrisch, dass wir heute da bei euch tanzen dürfen. Herzlichen Dank dafür. Wir wünschen euch für die Zukunft weiterhin alles Gute. Gesundheit, Glück und Gottes Segen auf all euren Wegen. Wunderbar! Die Chefin des Hauses, die Frau Barbara Fesel und ihre Familie, sie sollen leben! Ho! 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 Deine Nasek wandelt. Was ist denn? Und jetzt bitte einen riesen Applaus für unser Zippe! Ja, die Opfer ist und weiter geht's! Applaus 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 Mit diesem Reifenschwung ehren die Ismeninger Schaffler die Eltern, Großeltern und mittlerweile Urgroßeltern Anne-Marie und Karl Kohl. Applaus Wir wünschen euch für die Zukunft, euchs Gute, Glück, Gesundheit und Sonnenschein sollen ewig euer Begleiter sein. Applaus Die Eltern, Großeltern und Urgroßeltern Anne-Marie und Karl Kohl, sie sollen leben. Applaus 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 Aus Rossfertresel, aus dem Faswertesel, ich sag euch, das ist eine Geschichte, die Familie Fesel hat uns was zum Essen herkriegt. Da gibt es jetzt zwar einen Österreicher, einen Wamen, also einen Wiener, Weißwurst und Däpfelzimmer. Ausdruck machen wir gleich, immer später wieder rein. Applaus Applaus